Robert Harting ist ein deutscher Diskuswerfer, er ist in dieser Disziplin Olympiasieger sowie mehrmaliger Welt- und Europameister. Von 2012 bis 2014 wurde er dreimal in Folge zum Sportler des Jahres in Deutschland gewählt. Kindheit und Ausbildung Robert Harting wurde als ältester Sohn von Gerd und Bettina Harting in Cottbus geboren. Beide Eltern waren Leistungssportler im DDR-System. Der Vater, ein Offset-Drucker, war ebenfalls Diskuswerfer, die Mutter, eine Krankenschwester, war Kugelstoßern. Harting hat einen jüngeren Bruder, Christoph Harting, der ebenfalls Diskuswerfer ist und 2015 deutscher Meister wurde. Harting spielte ab seinem 10. Lebensjahr Handball beim USC Cottbus, mit 13 Jahren wechselte er zum LC Cottbus. Dort ging er mit Erfolg dem Diskuswerfen und Kugelstoßen nach und ging als 17-Jähriger 2001 zu LG Nike Berlin. Ab 2004 konzentrierte sich Harting, der die Kugel an die 18 Meter stieß und Vizejugendmeister in dieser Disziplin geworden war. Nur noch auf das Diskuswerfen. Robert Harting lebt in Berlin, wo er als Stabsunteroffizier, Feldwebelanwärter, Sportsoldat der Sportfördergruppe der Bundeswehr ist. Er gehört dem Sportclub SC Charlottenburg an und studiert an der Universität der Künste Berlin Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Zu seinen Hobbys zählt er die abstrakte Malerei. Er ist mit der Diskuswerferin Julia Fischer liiert. Sportliche Erfolge 2001 wurde Harting Vizejugendweltmeister. Deutscher Jugendmeister war er zudem von 2001 bis 2003 im Diskuswerfen und 2003 auch im Kugelstoßen. 2006 wurde er U23 Europameister. In diesem Jahr nahm er auch an den Europameisterschaften in Göteborg teil. Dort verfehlte er aber mit 59,87 Meter auf Platz 13 liegend knapp das Finale der Besten 12. 2007 folgte seine bis dahin erfolgreichste Saison. Im Juli wurde er in Erfurt mit 63,79 Meter deutscher Meister. In den beiden Jahren zuvor war er Vize-Meister geworden und im Jahr 2004 hatte er den vierten Platz belegt. Im August folgte schließlich die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Osaka. Er gewann dort mit 66,68 Meter überraschend die Silbermedaille und musste sich nur dem ersten Gerd Kanter geschlagen geben. 2008 konnte Harting, wie auch in den Folgejahren, seinen deutschen Meistertitel verteidigen. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking belegte er den vierten Platz. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 in Berlin wurde Harting mit einer Weite von 69,43 Meter Weltmeister und feierte damit seinen bis dahin größten sportlichen Erfolg. Im folgenden Jahr errang er bei den Europameisterschaften 2010 in Barcelona die Silbermedaille. 2011 verteidigte er in der EU seinen Weltmeistertitel mit einer Weite von 68,97 Meter und widmete die Medaille seinem in Afghanistan gefallenen Bundeswehrkameraden Markus Mattes. Nachdem er die ganze Saison über Kniebeschwerden hatte, wurde er im Oktober 2011 an der Patella-Szene operiert, die ihm aber weiterhin Probleme bereitete. Harting übertraf am 19. Mai 2012 bei den Werfertagen in Halle zum ersten Mal die 70-Meter-Marke und steigerte damit seine persönliche Bestleistung. Auf 70,31 Meter Drei Tage später verbesserte er seine Bestmarke beim Leichtathletik-Meeting in Tönow nochmals auf 70,66 Meter. Harting trat bei den Europameisterschaften 2012 in Helsinki an und wurde mit einer Weite von 68,30 Meter zum ersten Mal in seiner Karriere Europameister. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London gewann Harting mit einer im fünften Versuch erzielten Weite von 68,27 Meter die Goldmedaille. Es war der erste Olympiasieg in der Leichtathletik für Deutschland seit dem Jahr 2000. Harting verteidigte bei den Weltmeisterschaften 2013 in Moskau mit einer erreichten Weite von 69,11 Meter ein weiteres Mal seinen Weltmeistertitel. Im September 2013 wurde Thorsten Schmidt für den in Ruhestand gehenden Werner Goldman Hartings neuer Trainer. Bei den Europameisterschaften 2014 in Zürich sicherte er sich mit einer Weite von 66,07 Meter erneut den Titel, sein fünfter in Folge bei Großereignissen. Im September 2014 zog er sich beim Lauftraining einen Kreuzbandriss zu. Am 13. Februar 2016 gab er beim ISTAF Indoor in Berlin mit einem Siegeswurf von 64,81 Meter sein Comeback. Leistungsentwicklung Kontroverse Vor den Weltmeisterschaften in Berlin 2009 befürwortete Harting die eingeschränkte Freigabe von Dopingmitteln. Während der Weltmeisterschaften äußerte sich Harting kritisch zu einer Aktion von Dopingopfern der DDR. Teil dieser Aktion war die Verteilung von Pappbrillen an die Zuschauer, um plakativ auf den im Verborgenen weiter stattfindenden Missbrauch verbotener Mittel aufmerksam zu machen. Hierzu kommentierte Harting, wenn der Diskurs aufkommt, soll er gleich gegen die Brillen springen, damit die wirklich nichts mehr sehen. Anführungszeichen Die Äußerung wurde sowohl vom Deutschen Leichtathletikverband als auch von der Öffentlichkeit scharf kritisiert. Der DLV-Vizepräsident Eike Emrich ließ jedoch in einer Stellungnahme Folgendes verlauten. Mit der Bitte um Nachsicht führt Robert Harting an, dass die Anspannung des Qualifikationswettkampfes nachwirkte und zu unakzeptablen Äußerungen geführt hatte. Dies wurde dadurch verstärkt, dass Diskussionen um die Dopingproblematik in der Vergangenheit wiederholt seine Konzentration auf die Vorbereitung gestört hatten. Robert Harting spielte mit seinen Äußerungen auf die Kritik an seinem Trainer Werner Goldman an, der mit Doping zu DDR-Zeiten in Verbindung gebracht wurde. Im Januar 2015 äußerte er sich kritisch über die Arbeit der Welt-Anti-Doping-Agentur und beklagte das Ungleichgewicht im weltweiten Anti-Doping-Kampf Auszeichnungen Sportler des Jahres 2012-2013-2014 Leichtathlet des Jahres 2009-2012-2014 Berlins Sportler des Jahres 2011-2012-2013-2014 Goldene Henne 2012 Silbernes Lorbeerblatt 2012. Verdienstorden des Landes Berlin 2012 St. Georgsorden in der Kategorie Sport Spielberg-Tro-Post Säden 2016-2014 Säden 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 Säden